Du siehst, der Heik hier oben ist angeschrieben. Wolliger Strasse 2... Ah, ich weiss, wo der Heik ist. Ich habe das ja erklärt. Du wusstest nicht, dass es eine Rampe verkauft? Ja, ich weiss auch nicht alles. Es gibt ja kein Lexikon. Ja, jetzt... Sehst du, Simu, die Reseauswahl? Daraus hat es noch mehr. Dahinter geht es noch weiter. Ich habe... Schau, hier hast du schon einen Rucksack für 50 Prozent. Eine Flasche. Hey, die Brille. Hey, die kommt ja sehr gut. Schau, jetzt habt ihr hier noch ein paar Socken, Schäppel, Funktions-T-Shirt, eben. Hier noch die passenden Wanderhosen, die Windstopperjäger. Hier, die Schuhe. Drei mal rein. Nordgeweiss, wasserdicht, halbhoch. Sie haben was? Oh, ja, die sind ja auch. Jetzt auch. Ja, ich lege mich schnell woanders an. Ich bin gespannt. Zeig dich. Ta-da! Wow, ey, verdammt gut. Jetzt können wir gehen. Jetzt können wir gehen wandern. Weisst du, das Blatt bei mir ist? Jetzt sieht man, ich bin gleich wieder besser ausgerüstet als du. Was besser ausgerüstet? Hey, willst du schon da gut ausgerüstet sein? Dann kommt zu unserem Rampenverkauf vom 29. bis 31. August. An der Bolligerstrasse, 82 in Bern. Wir freuen uns auf dich!